Ah, die geöffnete See. Ach, könnte ich doch noch riechen, aber ich habe mir als Kadett die Nasenlöcher angesenkt. Admiral Benson! Ich möchte Ihnen Mr. Wilson und Mr. Rosner von der Konkurrenz vorstellen. Sie sind Beobachter der Operation. Das finde ich umwerfend. Keine Angst, war früher beim Rollkommando. Bin auf dem Aal ausgerutscht. Wer hat den hier rausgelassen? Aal? Ich habe keinen Aal gesehen. Es waren sogar zwei, die Aalen sich immer zu zweit. Ich weiß, wie ein Aal aussieht, der hat vorne ein Geweih. Vom Pentagon, Sir. Ich habe es gleich entschlüsselt. Na gut, vorlesen. Meine Augen sind aus Porzellan. War eine kleine Schlacht. Little Bacorn. Oder was, Oginava? Auf jeden Fall ohne Indianer. Der endgültige Einsatzbefehl. Morgen früh um 6 Uhr Angriff. Großartig. Wecken Sie mich rechtzeitig. Sagen wir 12 nach 6.